Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin euer Elementrix und heute sind wir mal in einem Wald gewesen und haben einen Bunker gefunden. Gucken wir mal, dass man hier irgendwie reinkommt. Aber ich denke mal schon, weil da unten eine Tür offen ist. Dann gehen wir mal rein. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus, würde ich sagen. Hier kommt man runter. Hier war so eine riesige Tür gewesen. Was ich tun? Ich schiebe raus. Schon heftig, dass sie nur so wenig Platz hatten. Die Hippie ist ein Rolling Stone Suite. So, dann gehen wir hier noch durch. Da sieht man ganz schön die Bücken hier. Da hinten ist noch ein Eingang. Gucken wir mal, ob der offen ist. Ja. Das ist wahrscheinlich so eine Falltür oder was. Das gibt es ja auch bei Bunkern. Das ist ziemlich verbrannt. Und hier da ist das Energie gestanden. Da waren die beiden in der Tür. So, dann gehen wir eine Runde außen rum. Und hier haben wir vier Sachen gemacht. Und hier, gemeinsamanser.